Hallo und herzlich willkommen zurück zu Total War Three Kingdoms mit Libu, der einzig waren Kampfmaschine in China und mir der einzig waren Krabbe der Erde. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe übrigens gerade so kleine Anekdote von mir an euch, welche gerade im Ladebildschirm war. Ich habe quasi das Spiel gestartet, habe auf Fortsetzen geklickt und habe dann nebenbei ein bisschen was zum Handy gemacht. Ohne Schmarrn, die Tante, die in diesem Lade-Intro redet, die labert und labert. Ich weiß nicht, wie viel Text-Time hat die Tante denn? 500 Stunden oder wie lange hat denn die eingespielt? Ich habe nur 5 Minuten am Handy und sie redet und redet und redet und tot und wieder Auferstehung und Asche aus dem Phönix und, und, und. Oh Gott, um Himmels Willen, Leute. Entspannt euch mal ein bisschen mit der Tante. Und, äh, so, meine Güte, ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zum einzigen waren Hearts of 1, äh, Total War Free Kingdoms Projekt auf YouTube. Ich raschle hier gerade mit Kinderriegeln, denkt euch nix. Diplomatische Einstellung ist jetzt ein bisschen erfreulicher als das letzte Mal. Wir haben Frieden geschlossen mit Sunseh und der hat sich uns direkt unterworfen. Warum? Ja, weil wir deutlich stärker sind wir. Und weil wir ein bisschen die Hucke verdroschen haben. Jetzt haben wir noch ein Problem. Die Rebellion der gelben Turban. Um die kümmern wir uns jetzt als nächstes. Die sind hier unten. Sunseh müsste sich allerdings auch jetzt mit um ihn kümmern. Also quasi um die Rebellion der gelben Turban. Das sind auch noch die Rebellion der gelben Turban. Die sind aktuell eigentlich die einzige Gefahr, die ich jetzt noch so wirklich habe. Hier oben werde ich jetzt erstmal nichts machen. Ähm, kurze Frage. Ist das von mir? Warum ist die Zufriedenheit so niedrig? Oder wer ist das mit der niedrigen Zufriedenheit? Wer ist es? Ich stehe in eurem Dienst. Wünscht höhere Hochposition. Mhm. Ich kann ihm Marschschritt geben. Okay, er hat gar keinen Titel. Plus 200 Gehalt. Naja, ist natürlich uncool. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Ein Redner. Wird er leider auch nicht seine Positionsgier verbessern. Beschützer der Armee. Entschlossen der Zufriedenheit. Naja, das bringt mir leider alles nichts. Ja. Äh, Eisengeneral verringert die Strafe. Okay, plus 400. Hör auf, ey. Okay, muss ich wirklich das hier nehmen? Der Erddrache. Beringt jetzt aktuell noch nichts. Wir gucken mal, wenn die Runde vorbei ist. Ansonsten, wenn wirklich, muss ich ihn halt leider rausschmeißen. So leid es mir tut. Er tut aktuell noch neue Truppenmustern. Oh, das sehe ich. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Seht ihr das? Das ist cool. Diese Schattenanimation, dass da so Einheiten sich hinbewegen. Das habe ich bis gerade eben gar nicht gewusst, dass das überhaupt so ist. Das ist eine coole Sache jedenfalls. Unsere Armeen. Er hat noch Bewegungsreichweite. Wo ist er denn? Er ist da. Mit ihm bin ich jetzt nicht mehr im Krieg. Ich würde sagen, den schicken wir ihr natürlich gleich mal hier runter. Wir können jetzt ganz entspannt das Ganze angehen. So ist er wird mir wahrscheinlich jetzt nicht direkt den Krieg erklären. Gehe ich mal stark von aus. Wie immer, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eventuell sogar dem Video eine Bewertung geben könntet. Während ich eine Garantie für Autonomie gebe. Dafür zahlen die mir für zwei, für zehn Runden oder was bringt man denn das? Garantie für Autonomie. Wir werden, wir werden die Autonomie von Sumse garantieren. Dafür zahlen die mir. Okay, ja, machen wir mal. Soll mir nicht sein. Alles, wo wir Sumse zufriedenstellen können. Und wenn er das möchte, dann soll er das haben. Das hingegen ist jetzt ein bisschen blöd, tatsächlich. Da kann ich glaube ich nicht mal wirklich groß was machen. Sehr unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir das gewinnen würden. Da ist meine Armee. Ja, kann ich jetzt gleich mal gucken. Ach Gott, das ist natürlich jetzt super blöd gelaufen. Wo kam er denn her mit seiner Armee auf einmal? Gar nicht gesehen. Jetzt kommen die gelben Turbane auch noch angelatscht. Da habe ich auch keine Armee in der Nähe. Die Schlacht müssen wir trotzdem mal selber schlagen. Mal gucken, wie die Stadt ausschaut. Das ist ein Fischereihafen. Sieht einfach zu verteidigen aus. Müssen wir mal gucken. Die haben einiges am Fährkämpfer. Nämlich drei und einmal auf Kavallerie und viel Infanterie. Okay, das wird spannend. Was auch spannend wird, ist die Tatsache, dass ich niesen muss seit einer halben Minute. So, der Nieser ist jetzt raus. Und die Karte kennen wir ja so an der Stelle schon. Das ist halt das Problem. Du weißt ja nicht genau, wo die KI angreift. Ich würde sagen, da ist der Stadtplatz. Problem ist, wir müssen halt auch unter anderem die Türme verteidigen. Weil, wenn wir die verlieren, schießen die auf uns. Ich würde auch ganz gerne dafür sorgen, dass wir die hier vielleicht irgendwo eventuell in so eine Ölfalle reinkriegen. Was wir jetzt einmal machen, ist, wir stellen die quasi hier hin. Stellen die dahinter. Wenn die fallen, sollen die das anzünden. Bogenschützen lassen wir natürlich da. Stellen wir ein paar mehr hin. Eins, zwei Bogenschützen. Haben wir tatsächlich sogar mehr als die. Greifen die hier. Werden die hier wahrscheinlich auch angreifen, ne? Oh ja, die sind halt deutlich überlegen. Problem ist auch so, generell sind leider auch immer sehr zäh Burschen. Muss man auch einfach mal dazu sagen, fairerweise. Generelle werden leider auch einen guten Schaden anrichten. Und dann, da stellen wir hier auch nochmal welche hin. Auch hier dasselbe Spiel mit dem Öl. Stellen die Boys vorne hin. Wenn die sich zurückziehen sollten, werden wir quasi versuchen, das Öl einzusetzen. Und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Wir haben jetzt natürlich Frieden geschlossen mit unserem größten und ärgsten Feind. Wenn die sich hier komplett woanders hinziehen. Gut, zum Glück habe ich hier kein Öl hingehockt. Sonst hätte ich mich jetzt schon geärgert. Da oben habe ich gar keine Bogenschützen hin, ne? Okay, wir machen das anders. Wir ziehen die direkt zurück. Wir ziehen die direkt zurück. Das wäre jetzt ein bisschen zu risky. Die Bogenschützen hier. Dann lassen wir uns nur noch eine Einheit da, die quasi dafür sorgen sollen. Falls jetzt hier irgendjemand auf die Idee kommt, hier anzugreifen, dass wir da trotzdem Einheiten haben. Okay, kurze Frage. Etwas weiter nach vorne, Jungs. Da brennt es. Das Öl brennt schon. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Warum denn? Was schießt denn da? Die Bogensch... Die Reiter schießen. Was haben die für eine Range? Hör mir auf. Okay, zum Glück ist das nochmal gut gegangen aus meiner Sicht. Was wir jetzt hier direkt machen, ist... Das direkt anzünden, bitte. Weil die rennen jetzt gerade rein. Und ich hoffe... Ich hoffe, dass da jetzt möglichst viele Einheiten sterben bei der Aktion. Jawohl, das sieht schon mal gut aus. Jawohl. Hehe, super. Da könnt ihr jetzt auch gerne die Türme erobern. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Und ich lasse jetzt hier auch einmal stationiert. Super, okay. Da sterben schon mal einige bei der Aktion. Die ist gut gegangen. Hier drüben, das hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal halt aufpassen, dass wir hier quasi jetzt keine Einheiten verlieren, weil wir selber ins Feuer reinlaufen. Was ich an der Stelle machen werde, ich werde die Einheiten... Gut, die Bogenschützeninfanterie... Lassen wir das mal da hinten hier Ding machen. Dann versuchen wir einfach mal ein bisschen vielleicht sogar zu flankieren. Schicken die hier hin. Ja, die rennen jetzt natürlich weg, logischerweise. Dann hier könnten wir auch versuchen, die zu flankieren. Meine Bogenschützen sind jetzt jedenfalls auch mal mit am Start. Was ist eigentlich hier das Problem gewesen jetzt? Ach, die sind komplett zerstört. Das ist eigentlich ganz gut. Klingt jetzt komisch, aber ich finde es tatsächlich ganz gut, dass die komplett zerstört sind. Und die rennen hier auch wirklich alle schön ins Feuer rein, ne? Total dumm, die KI. Jawohl, die sind auch direkt geflogen. Schaut euch das an, die komplette... Die halbe feindliche Armee ist Geschichte wegen dem Geschmarr da. Mein gut, die haben jetzt den Turm erobert. Den werden wir uns natürlich gleich wiederholen müssen. Schaut euch das an. Die fliehen alle. Die sind alle schon Geschichte. Hehehehe. Schön. Ja, was macht ihr? Achso, okay, passt schon. Nee, okay, alles cool. Ich habe vergessen, dass ich selber den Befehl gegeben habe. Die Türme sind natürlich Geschichte. Die brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Sonst noch irgendjemand... Okay, die halbe Siedlung fackelt. Die rennen weg. Das ist allerdings nur leider eine vorübergehende Flucht. Keine komplette Flucht. Die haben keine Munition mehr. Das heißt, die können wir jetzt angreifen oder auch noch nicht. Warte mal kurz. Stopp. Jetzt erstmal kurz dorthin holt und bittet ihn einen Turm hier wieder. Dass zumindest ein Turm noch auf die Feinde schießt. Was schießen die da drüben? Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Die sind alle eingekesselt hier in dem kleinen Eckchen. Schicken da noch mehr Infanterie mit rein. Die greifen mich jetzt hier an. Und die können wir uns kümmern. Bogenschützen hat eigentlich gar keine Chance gegen Infanterie. Auch wenn hier die halbe Karte brennt. Ah, die haben schon gesehen, was ich vorhabe. Möchten das Ganze jetzt hier zurückerobern. Das machen wir natürlich nicht zu. Und langsam aber sicher wendet sich das Ganze auch zu unserem Gunsten. Ich erwarte eigentlich sogar jetzt einen Sieg hier am Ende. Aber auch nur, glaube ich, teilweise, weil die halt auch wirklich total dumm waren. Und hier komplett mit ihrer kompletten Armee in das Feuer reingelaufen sind. Und hätten die hier oben nicht mit der Cavalier auch noch reingeschossen, hätte ich das hier auch nochmal machen können. Jetzt kommt hier der Angriff von hinten. Sollte hoffentlich auch. Jawohl, die brechen. Auch wenn da jetzt der feindliche General oder Veteran kommt, Gong Du. Okay, was hat er denn gemacht? Hat die mit seinem Pferd und Bogen gepupst? Meine halben Truppen sind gleich mal umgefallen vor Schock. Das ist schlecht. Wo genau? Okay. Gut, da habe ich den Scheiben etwas zu viel zugemutet, dass ich die hier habe von hinten angreifen lassen. Also in anderen Spielen hätte es funktioniert. Hier scheinbar nicht. Jungs, ihr, geht mal bitte kurz den Turm erobern, dass die mal aufhören, hier auf uns zu schießen. Und ihr geht bitte mit unbedingt hier oben Unterstützung leisten. Die fliehen hier. Meine Jungs sind komplett Geschichte. Oh Gott, oh Gott. War eine schlechte Idee, was ich hier gemacht habe, glaube ich. Ja, ihr könnt mal bitte dort mit hinschießen. Ihr schießt da auch mit weiter mit hin. Okay, also es läuft etwas besser als geplant. Aber es läuft noch nicht so gut, tatsächlich. Könnte noch etwas besser laufen. Halt unbedingt unsere Jungs mit da oben hinschicken. Das Ding haben wir jetzt gleich wieder erobert, hoffe ich. Unsere Bogenschützen haben ausgeschossen. Mal mit hier in den Nahkampf reinstellen. Zumindest die, die kämpfen können. Ja, ja. Wie es zu erwarten war. Hier, Nahkampf, Nahkampf. Nahkampf, Nahkampf. Der hat das erobert. Dann schicken wir ihn hier mal zum Angreifen. Das ist schon die ganze Stadt brennt ab hier. Trotz allem, trotz meiner ganzen Bemühungen und Anstrengungen, werden wir die Schlacht trotzdem verlieren. Was mich ein bisschen enttäuscht, tatsächlich. Finde ich sehr schade. Mein Bestes gegeben eigentlich, dass wir die Schlacht gewinnen, aber wir werden sie trotzdem verlieren. Aber man kann nicht sagen, ich hätte es nicht probiert. Das kann mir wirklich keiner unterwerfen. Das kann mir wirklich keiner vorstellen, vorwerfen. Ich habe mein Bestes getan. Wahrscheinlich habe ich dann doch eventuell ein paar Einheiten zu viel in den Rücken von den Boys geschickt. Und die Generäle sind natürlich auch noch mit dabei. Die tun natürlich auch noch ein bisschen mit rein schlagen in die ganze Geschichte. Aber wir haben den guten Verlust dazu gefügt. Das ist schon mal etwas. Das heißt, ich kann natürlich nachher mit einer eigenen Armee hier auch wieder schön zurückerobern, hoffe ich. Während hier die komplette Stadt weiter brennt. Gucken, ob wir hier vielleicht die Bauernsperrträger loswerden. Jawohl, die sind auch direkt geflüchtet. Das ist ganz gut. Hier den Turm wieder in unseren Besitz bringen. Dass die hier dann auch gleich hier wollen. Das gehört wieder komplett uns. Bleibt mal bitte da. Kommen wir hier da feindliche Einheiten anspaziert. Hier oben haben wir auch gewonnen, scheinbar den Kampf. Super. Gucken wir mal, ob wir denen vielleicht in den Rücken fallen können. Ist vielleicht doch noch nicht verloren, das Ganze. Mal abwarten. Okay, die rennen weg. Die wanken. Wir versuchen hier die Stadtmitte zu halten. Ah ne, da ist die Stadtmitte. Entschuldigung. Falsche Information. Ja, ja, flieht hier ruhig. Ähm, den Platz zu halten ist wahrscheinlich erstmal das Wichtigste. Für mich schießen die noch? Ah, die haben ziemlich viel Feuerschaden leider. Ah, die hätten nur noch ein bisschen länger aushalten. Jawohl, super. Wenn die jetzt zurückkommen würden, das wäre super nice. Krass. Auch mal hier die Bogenschützen. Ja, oder auch keine Munition. Einfach angreifen notfalls. Krass ist das hier ein Hin und Her. Vor allem die ganze Zeit mit ihren Bannern und Icons hier. Und ich weiß hier gar nicht, was hier Sache ist gerade. So. Jawohl. Und hoffentlich kommen die auch nie wieder, die feindlichen Krieger. So, da sind jetzt noch feindliche Schwertkämpfer. Okay, also das Barometer ist nach wie vor gegen uns. Einzige, was ich jetzt noch habe, sind die Jungs hier, die Schienmiliz. Ich bezweifle leider, dass die hier noch groß was reißen werden jetzt. Die oberen jetzt da oben den Turm. Ich bin mir nicht so sicher, ob die... Das Problem ist halt auch, muss man wirklich mal sagen. Das Problem ist halt einfach auch. Kränfüße, was bringt mir das? Leider, große Schmerzen. Ja gut, ist alles gut und schön, aber... Ich werde jetzt gerade beschossen von meinem eigenen Turm, oder? Da greifen mich Wächter des Landes an. Greifen die jetzt auch mal an. 81 gegenüber, 26, ja. Das gibt's halt nicht, jetzt ohne Schmarrn. Ich weiß nicht, wer das hier gewinnen würde. Die, okay, jetzt ist da doch... Ja, okay, schade. Schade. War trotzdem eine gute Schlacht. 467 von uns haben überlebt, was mir nicht so viel bringt. Ah, ist ärgerlich. Schade, Mann. Hätte ich was anders machen können, habe ich einen Fehler gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, es ist ärgerlich, verdammt. Die werden's bereuen, so wie kann ich sagen. Das werde ich mir natürlich wiederholen. Warum soll ich denn das... Jetzt mal ohne Scheiß. Die gehen mir total auf die Nerven damit. Dass sie mir die ganze Zeit sagen, ich soll den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Also jetzt mal ohne Schmarrn, weil... Ich bekomme hier aktuell von allen Seiten auf die Nase, mehr oder weniger. Ich werde hier die ganze Zeit Regionen. Und dann sagen die zu mir, bitte erhöhen sie den Schwierigkeitsgrad. Das Spiel ist zu einfach für sie. Ja, was soll ich machen? Soll ich das Spiel 10 Stufen höher machen, oder? Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls noch Frieden geschlossen mit irgendjemandem. Irgendjemand habe ich noch Frieden geschlossen. Ich weiß nicht mehr genau, mit wem. Mit ihm jedenfalls nicht. An ihm werde ich mich rächen. Das Problem ist jetzt, ich kriege hier keine neuen Einheiten. Ich bin jetzt hier aktuell im feindlichen Territorium. Blöd. Ist er immer noch unzufrieden. Ja. Ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber er ist immer noch... Er ist immer noch zu unzufrieden. Aber wie kann man das ändern? Gibt es hier noch irgendwas, wie ich seine Zufriedenheit erhöhen könnte mit Anhängern oder sowas? Moral, Zufriedenheit, Fraktionsweit. Wenn dieser Ärger prämierendste Erbe oder Fraktionsführer ist, weiter mal ganz kurz. Wir schauen mal ganz kurz zu Libu. Schauen wir mal ganz kurz, ob ich ihm sowas geben kann. Jawohl. Pass auf. Wir geben ihm erstmal jemanden 10 plus 10 Zufriedenheit. Gibt es da was Besseres noch? Nö. Das heißt, wir geben ihm ihn. Und bei Zubehör, was gibt es hier noch so? Plus 8 Zufriedenheit. Jawohl, super. Da müssen wir eigentlich nochmal plus 18 Zufriedenheit bei allen haben, mehr oder weniger. Tatsache. Das ist jetzt auch gleich etwas zufriedener. 29. Das sollte das schon mal stabilisieren. Einheitentechnisch kann ich da noch was rekrutieren. Jawohl, bei ihm. Das machen wir auch gleich mal. Ich brauche hier mehr Truppen. Okay, die sind vielleicht etwas zu teuer für ihn. Bogenschützen, glaube ich. Ich brauche nochmal ein paar. Einfach mal zwei billige Bogenschützen mit dazu. Ja, ist natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt hier vor? Vor allem habe ich ja hier noch irgendwo eine Region verloren, ne? Ja gut, die eine war oben, die andere war hier unten. Es ist die Frage, schicke ich ihn mit nach oben? Das wird zum Beispiel hier angreifen. Ja, ich denke mal, ich schicke ihn mit nach oben. Weil Libu muss da nicht alleine unten in der Lage sein, das Ganze zu regeln. Ah, ich habe hier noch eine Armee. Stimmt, ja. Das heißt, jawohl, die kann ich direkt nutzen, um dann hier weiter die gelben Turbanen anzugreifen. Das ist auch gelbe Turbanen, das ist zum C. Und da ist eine Rebellion der gelben Turbanen an mir. Da tun wir hier auch nochmal zwei Einheiten dazu rekrutieren. Hier im Bogenschützen haben wir schon einige. Würde ich sagen, wir rekrutieren hier einfach mal Kavallerie. Ja, nein, vielleicht. Was ist das denn, Balliste? Aber weiß ich nicht, ob die wirklich so viel Sinn machen in der Situation. Kavallerie habe ich eins, zwei. Kavallerie habe ich auch schon genug. Ah, war zwar im Infanterie mit rein. Einmal hier, einmal hier. Das hört mich natürlich auch finanziell weiter in Unmut, in Unglade, in Rückstund. Hier, finanziell weiter in, wie nennt man das? In schwieriges Terrar schmeißen. Weil ich natürlich immer mehr Schulden mache, immer weniger Geld habe. Aber letzten Endes muss ich es machen. Die haben hier bewegt sich nach oben. Er muss ein bisschen warten, bis er wieder aufgefrischt ist. Das ist ja alles, das sind meine Verbündeten. Na, schauen wir, was passiert. Aha, aha, aha. Also ich habe hier langsam sicher ein bisschen Probleme. Hier kann ich leider überhaupt nichts machen. Haben auch noch Verstärkung mit dabei. Da verliere ich die nächste Region. Pengcheng ist da mit Geschichte. Pengcheng, da ist Chen. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen blöd, ne? Ich habe zwar deutlich weniger Feinde als vorher, aber die, die ich habe, die machen mir Probleme ohne Ende, wortwörtlich. Jetzt habe ich nämlich noch eine Stadt verloren. Wo ist denn das? Wo habe ich denn die Region jetzt gerade verloren, bitte? Das hier habe ich verloren, ey. Hört auf, ne? Untreu versus Treu. Was wisst ihr schon? Von Treu kommt der Aufschreu, der euch von eurer Lektüre abblendt. Eure Treu ist nicht mehr wert als ein Handgeld. Und ihr würdet euch ohne zu zögern vor die Klinge des Kaisers werfen. Wer ist hier der wahre Nah? Ihr legt das Buch verärgert nieder. Eure Auswahl erfordert, dass ihr folgende Eigenschaften nicht besitzt. Selbstuntreu. Selbstsucht. Jawohl. Mach mal Selbstsucht. Die Beziehung vertieft sich immens. Und dann müssen wir jetzt mal wirklich gucken, was wir machen. Jetzt mach mal keinen Verlust mehr. Das ist komisch. Ich habe weniger Siedlung als vorher, mach aber auch weniger Verlust. Werde jetzt allerdings hergehen und versuchen Peng Cheng zu erobern. Er hat direkt... Ah, er hat einen kompletten Verlust. Ah, okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Okay, pass auf, dann nehmen wir sie. Tun wir sie hier reinschmeißen. Da ist natürlich auch wieder ewig, bis sie auch wieder bei voller Stärke ist. Ach, das passt mir alles aktuell überhaupt nicht. Ich bin aktuell in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Aber wir holen uns erstmal den Fischereihafen wieder. Soll jetzt erstmal das erste sein. Vor allem, dass er auch seinen Kampfschwung wieder voll bekommt. Das nächste, was wir machen, wir holen uns hier... ...den Holzplatz. Ihr seht, bei voller Stärke mehr oder weniger. Und danach können wir quasi direkt... Ja, so viele Provinzen haben die gar nicht. Hier haben die drei Provinzen. Hier haben die zwei. Oder eine nur. Ne, hier ist nur eine. Und danach gibt es ja eigentlich nicht mehr viel. Da unten ist noch eine. Das ist eine Repilion, der Geben Turm. Das ist auch eine Stadt. Und dann gibt es natürlich hier noch Xuxiomien. Mit... Ja, Xuxiomien. Das ist einfach nur sie. Da soll ein großes Problem sein. Liu Bei ist hier. Ich hoffe, dass der mir nicht Peng Cheng klaut. Das wäre nicht uncool. Und hier ist es problematisch. Da kann ich aktuell nicht viel gegen machen. Jetzt greifen die mich mit zwei Armeen an, oder was? Hör auf. Ich bin noch nicht mal bei Stärke. Weil, also dürften die mir nicht hinterher kommen, ne. Äh, jetzt mal eine kurze Frage. Ich hab hier so viele Einheiten vor mir. Liu Bei steht hier. Was? Friedenswahrung mit Bündnis? Das Bündnis des gedämpften Windes bietet euch Frieden an. Würde mich jetzt verarschen. Die haben hier gerade eine Provinz geklaut. Und jetzt wollen sie Frieden, oder was? Haha. Achso, dankbare Ochse. Ey, ihr klaut mir eine Provinz und wollt ihr Frieden, oder was? Wer seid ihr? Wer hat euch geboren, halt? Zwar ohne Schmarrn. Als ob ich jetzt Frieden mit denen machen würde. Ich bin jetzt gerade so pisst eigentlich. Die können von Glück reden, wenn ich die jetzt nicht umbringe. So, er ist jetzt bei voller Stärke. Mehr oder weniger. Ja, sieht schon mal gut aus. Da werde ich jetzt natürlich erst mal, das erste Mal schon mal hinschlagen. Mit einem knapper Sieg. Das tun wir da gleich mal delegieren. Haben wir schon eine Schlacht geschlagen heute in der Folge. Oh, das war schön. Wunderbar. Knapper Sieg. Ein bisschen Gold. Freilassen. Umbringen oder einstellen. Wir lassen sie frei. Auch hier Lösegeld. Wir brauchen ja möglichst wenig, möglichst viel Geld, logischerweise. Charakter rekrutiert, geschätztes Gehalt 200. Und wir setzen hier nach. Ich möchte ihn ja nicht direkt umbringen. Das ist mein aktuelles Ziel eigentlich bloß. So. Damit ist er tot. Das sollte die etwas einschränken in ihren zukünftigen Aktionen. 15.000 erhalten. Unterstützung. Ein schöner Speer. Den lassen wir frei mit 800. Oder wir bringen ihn um. Wir lassen ihn frei. Ich brauche das Geld, wie gesagt. Umso mehr Geld, umso besser. Was ist hier das Problem? Drei Ausrufezeichen. Euer General ist unglücklich. Und bist ja du jetzt schon wieder unglücklich. Ja, das Problem ist, dass ich einfach keinen Kampfschwung mehr habe. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier Xen-Du erobere. Weil es das natürlich auch wieder Kampfschwung bringt. Das müssen wir gleich automatisch delegieren lassen. Damit soll sich der Kampfschwung gleich wieder erhöhen. Damit natürlich auch die Zufriedenheit an meiner Truppen. Können Sie auch noch niederreißen. Das möchte ich jetzt gar nicht. Erstmal wieder eins mehr. Und danach schicke ich ihn. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinschicken soll. Nach oben wäre wahrscheinlich das Sinnvollste sogar. Da ist auch noch eine feindliche Armee. Was auch immer die davor haben, das weiß ich noch nicht. Du holst jetzt natürlich den Holzplatz hier. Das ist natürlich auch ein einfacher Sieg. So, wir haben jetzt einige Regionen verloren. Holen uns jetzt hier längst auf der anderen Seite wieder einige Regionen. So, auch hier. Das ist doch Kampfschwung, naja. Ah! Schau mal an, was ich da gefunden habe. Eine feindliche Armee. Hallo. Den hole ich mir nachher noch. Ach so. Dann, next step ist quasi mit ihm. Okay, da sind jetzt zwei Armeen. Da ist jetzt noch eine Armee. Gegen die würde ich gewinnen. Gegen die nicht. Können weinen schon wieder. Das könnte ich wirklich gerade. Jetzt muss ich kurz gucken, warum er hier so unzufrieden ist. Was ist denn das Problem hier, Boy? Was ist sein Problem? Er ist unzufrieden wegen generell in der Nähe. Wünsche ich höhere Position am Hofe. Und ist halt einfach unzufrieden mit anderen hier, die mit dabei sind. Es wäre halt eminent wichtig für mich, dass ich möglichst hohen Kampfschwung habe. Aber wie kriegt man den Kampfschwung, na? Das ist die Frage. Schicken wir ihn mal etwas weiter nochmal nach hinten mit. Kurz gucken. Er ist aktuell gewiefter Gauner. Ne, das ist bestimmt nicht seinen Rang. Doch. Ne, er ist... Ach, er war das. Er war dieser Feuerdrache. Wir schauen mal ganz kurz. Richtung... Grüß die Krieger. Hm. Ne, das wollte ich nicht schauen. Wo ist denn das Ratskammer oder so? Hof müsste ich glaube ich schauen genau. Ha, Fraktionserbe ist Lü-Yi. Okay. Pass auf. Dann gieß... Warte mal. Kann ich sie auswählen? Fraktionsverschirm ist viel zufrieden. Nein. Lü-Yi. So kann ich... Aus dem Dienst entlassen. General zurückrufen. Treue erwecken. Minus ein Kampfschwung. Zufriedenheit plus 35. Ne, das ist nicht sehr unzweckte Sache. Kaiserlicher Kanzler. Seid die Zufriedenheit ist auch gut. Großer Lehrer. Wen könnte ich da einschmeißen? Habe ich vielleicht irgendeinen General, der jetzt... Welcher General war denn das? Der hier so unzufrieden ist aktuell. Grün, grün. Hier er ist das. Zang Ba. So. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt endlich mal aufhört, hier so rumzuzicken. Und Lü-Yi muss ich mir merken, weil sie ist Fraktionserbe. Wenn ich jetzt hergehe bei ihr... Wenn ich das jetzt nicht richtig verstehe... Wo ist sie? Ist sie das? Lü-Yi, ja. Tochter des Drachen. Das ist meine Tochter quasi. So, aber wenn ich ihr jetzt jemanden gebe, der die Zufriedenheit erhöht... Wenn ich da noch einen haben sollte... Ach, hör auf. Ich hab gar keinen mehr. Ach, geht nicht mehr. Man kann sich nicht mehr ausrüsten. Äh, okay. Gibt's hier noch was? Plus 8 Zufriedenheit. Plus 6 Zufriedenheit. Das ist leider alles nur persönlich. Aber es gibt nichts mehr, wo scheinbar die komplette Zufriedenheit erhöht. Ich verstehe. Okay. Schauen wir mal, wo irgendeiner unzufrieden ist. Ne, er ist jetzt aktuell happy. Kann ich mir noch anhängen. Komm, gebe mir noch mal irgendwas. Hier Zubehör, dass er noch zufriedener ist. Hier ausrüsten. So, jetzt gehen wir bitte nicht mehr auf die Nerven. Mit deiner Unzufriedenheit. So, minus 1400. Ist alles gut und schön. Also die Rebellion der gelben Turbanen müssen wir irgendwie wegkriegen. Und hier oben weiß ich noch nicht genau. Ich denke, ich werde mich hier wieder verschulden. Wenn wir einen General rekrutieren, ist die Frage, wen nehmen wir dafür? Er mag Chang Ba. Das heißt, die würden sich gut verstehen. Tun wir ihn einstellen. Minus 2653. Aber dafür können wir nächste Runde zuschlagen. Und können dann natürlich das Geld auch wieder nutzen. Okay, Huan Chao hat irgendwas vor. Er greift erneut meine Armee an. Die allerdings aktuell nicht bereit ist von der Schlacht. Deswegen habe ich sie extra nach hinten geschoben. Genau aus dem Grund. Aber vielleicht kann ich die nächste Runde angreifen. Mal schauen. Jedenfalls, mein Plan ist jetzt aktuell, eigentlich irgendwie den Kampfschwung hochzukriegen. Jetzt ist die Frage, wie macht man das am besten? Das muss ich jetzt erstmal herausfinden. Mein Kampfschwung ist halt mega niedrig. Das ist so ein kleines Problem. Umso niedriger der Kampfschwung, umso niedriger auch die Loyalität meiner Generäle. Deswegen muss ich halt gucken, dass ich den Kampfschwung irgendwie auch unbedingt hochhalte. Den schicken wir hier ein bisschen so unterwegs. Er soll da unten die letzten zwei Rebellionsfelder einnehmen. Und wir haben Nahrungsmittelprobleme, by the way. Kommt auch noch mit dazu. Mein General persönlich, er ist hier. Da ist Lu Jiang. Mit dem bin ich nicht im Krieg. Das ist ja, ich glaube so ein Liu Biao. Und der ist aktuell mit mir nicht im Krieg. Gut, das ist alles mein Vasall. Der ist groß zu uns sehen. Ich muss nur sagen, er ist wirklich groß. Ich würde sagen, wir schicken ihn jetzt erstmal. Wir schicken ihn jetzt erstmal hier irgendwo hin. Pass auf, er soll mal hier angreifen. Weiß nicht, geht das hier so in die Seeschlacht? Ist ja noch nicht so stark. Ah, zieht sich zurück, Feigling. Ah, die würde unterstützen. Also müssen wir trotzdem gewinnen, oder? Ich spreche mal ganz kurz, sicher selber. Und wir geben... Okay. Ich kann quasi zwei Armeen komplett vernichten. Krass. Wie viel Geld mir das bringt? 2600. Ha. Ihr dürft freilassen. Hm. Okay, freilassen. Na komm. Ich lasse sie alle frei. Setz Aktionspunkte zurück. Machen wir das. Kampfschwung halten. So. Okay. Geht es jetzt auch nochmal weg, oder nicht? Aber nun hat sich das Spiel jetzt aufgehängt, oder was? Okay, nee, es geht wieder. So, grüß der Krieger. Wir haben Gong-Doo besiegt. Hä? Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Egal. Mein Kampfschwung ist wieder komplett voll. Super. Hoho. Mit einer einzigen Aktion. Schwer begeistert. Und meine Aktionspunkte wurden resettet. Das heißt, wir gehen jetzt mit ihm weiter hierhin. Ist ja auch quasi mein Ziel. Da den letzten, oder die nächste Fraktion aus dem Kampf mit rauszunehmen. Da mein Kampfschwung jetzt wieder komplett voll ist. Mehr Bewegungsreichweite. Mehr Nahkampfschaden. Plus 30. Okay, wie krass das halt eigentlich auch ist, ne? Diese Boni, die man da hat. Okay, was wir jetzt hier machen ist... Ah, da sind leider zwei... Ach, verdammt. Das ist blöd. Das sind zwei Armeen. Das hingegen könnte ich sogar gewinnen. Werde ich da belagert? Sägt das gerade richtig? Ja, ich glaube schon, ne? Okay, was wir jetzt hier machen? Schicken wir ihn einfach mal dorthin. Dass er dann, wenn wirklich hier nächste... Oder ich muss jetzt unbedingt mehr Truppen hier in den Norden hochkriegen. Das ist aktuell alles ein bisschen problematisch. Plus die Charaktererfahrung. Verwalten aus Industrie. Machen wir das mal. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt mit ihm? Er ist halt immer noch nicht wirklich stark. Hä, habe ich hier nicht einen neuen General hinzugefügt? Hä, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich habe hier doch einen neuen General hinzugefügt. Oder ist er jetzt gestorben, der General? Ach, okay. Greifen die einfach mal an. No risk, no fun. Schauen wir, was passiert. Oh, das sind drei Armeen. Ja, ruhig zu. Das war jetzt etwas zu viel für meinen Geschmack. Wir ziehen uns nochmal kurz zurück. Äh, okay. Extended March. Komm, hau ab. Aber ich hoffe, dass die mich jetzt nicht nächste Runde angreifen. Das könnte jetzt backfilen, was ich gerade gemacht habe. Beenden die Runde einfach mal. Schauen wir, was passiert. Ich vermute wahrscheinlich, ich werde die ein oder andere Siedlung verlieren. Mal wieder. Ja, genau. Ja, da kann ich überhaupt nichts machen. So, leid es mir in der Situation tut. Ich würde euch gerne helfen, kann ich aber nicht. Aber ich kann natürlich versuchen, die Stadt gleich wiederzuholen. Das kann ich tun. Aber ich weiß auch nicht, warum mir immer keiner hilft. Ich kämpfe immer allein gegen alle. Die Region der Gelben Turbanen möchte Frieden mit mir schließen. Ähm, ist ein gutes Angebot, um ehrlich zu sein gerade. Auf der anderen Seite, was ist das hier? Das ist das Nahrung oder ist das ein Reisfeld? Ne. Dann lehnen wir das ab. Weil ich möchte, ich brauche die Gebiete. Ich habe eine große Armee da. Ich sollte in der Lage sein, die Kämpfe da auch zu gewinnen. Und ich glaube, jedes Mal, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich eine Siedlung verliere, verliere ich auch einen Kampfschwung. Kann das sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einfach immer zwei verliere. Das ist doch blöd eigentlich. Jedenfalls machen wir uns hier das Ganze wieder. Damit gehört meine Stadt wieder mir und die Armee ist komplett vernichtet. Das ist schon mal gut. Plus zusätzlich, jawohl, 3500. Wir setzen das Ganze. So. Beschädigt. Müssen wir natürlich reparieren. Und er kann sich auch regenerieren. Was ist hier? Eine feindliche Armee. Aber wenn er jetzt hier vorhat, King Chuan zu erobern, dann bin ich aber mad. So. Die haben die Truppen hier zurückgezogen. Und ich habe mich nicht regenerieren können. Das natürlich hat beide seine Vor- und Nachteile. Da hat zweimal die da mit rein. Angriff hier ist aktuell sogar, angeblich bin ich stärker. Probieren es einfach mal. No risk, no fun, sage ich immer. Es ist... Warum auch immer. Also ich finde es ein bisschen doof. Sag ich euch ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen doof, dass man halt in der Übersicht stehen hat, dass man gewinnen würde. Aber dass sie die Garnison einfach nicht mitrechnen. Das ist eigentlich stinkend faul, echt. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man so ein schlechter Spieler ist wie ich und das natürlich nicht mit einbeachtet oder einbetrachtet, dann ist es natürlich logisch, dass man dann natürlich da irgendwo auch bestraft wird für solche Nachlässigkeiten. Logischerweise. Wir schicken ihn jetzt hier zur Salzmine runter. Ich hoffe immer auch, dass da Armeen sind. Warte mal. Wir können mal kurz was probieren, bevor wir die Folge jetzt hier beenden. Schauen wir mal ganz kurz, was wir reformtechnisch machen wollen. Ich wollte hier oben, glaube ich, das hier wollte ich machen. Plus 10 Zufriedenheit nochmal alles. Was brauche ich denn dafür noch? Okay, ich brauche das auch noch alles, oder was? Die Eunuchen-Sekretäre. Mal ganz kurz gucken bei Hof. Ich kann hier noch einige einstellen, ne? Was bringt mir denn sowas zum Beispiel? Positionseffekte. Das Gehalt steigt. Mehr Einkommensindustrie. Kein Wunsch nach höherem Amt bis bla bla. Fraktionsweit plus 5 Zufriedenheit. Machen wir das mal. Großer Kommandant. Auch hier plus 24 Zufriedenheit. Das Gehalt macht natürlich auch wieder höher. Aber da gibt es noch irgendwas, wo man quasi sagen kann. Große Exzellenz der Massen. Was bringt mir das? Plus 25% Nahrung durch Landwirtschaft, Fischerei. Auch mal hier mit rein. Botenminister. Das Amt bringt mir diplomatisch, beziehungsweise mit allen Fraktionen. Kein Wunsch nach höherem Rang. Verwalter. Was bringt mir denn Verwalter? Weniger Baukosten. Weniger Gebäudeunterhalt. Plus 1 verfügbare Armeen. Mehr... okay. Achso, dann muss ich jetzt noch irgendwo einsetzen quasi. Okay, tun wir ihn einfach mal da einsetzen. Meine Einnahmen bleiben ziemlich unverändert. Meine Nahrung ist dafür deutlich angestiegen. Der batet hier quasi darauf, dass er quasi schlagbereit ist für die nächste Runde. Die brauchen jetzt noch kurz, bis sie wieder aufgefüllt werden. Plus 8 List Guerilla-Aufstellung. 25% Chance auf Hinterhalt. Aber auf der anderen Seite, das ist auch nicht schlecht. Aufstockung der Vorräte und Nahrungsproduktion. Nehmen wir erstmal das. Und dann würde ich sagen... Ja, da war es es an der Stelle erstmal. Es ist ein stetiges Hin und Her, diese Folge wieder gewesen. Wirklich Hin und Her. Das Einzige, was ich noch mal ganz kurz schauen wollte, das habe ich schon wieder vergessen. Die vergessliche Krabbe heute echt wieder. Unglaublich. Wir gehen mal kurz her und Friedensverhandlungen. Würden sie annehmen, aber ich wollte eigentlich Gebiete fordern. Kann ich aber nicht. Kann keine Forderungen stellen. Schauen wir mal was anderes. Wenn wir hier schon dabei sind, jetzt... Schauen wir mal, ob ich mit... Juan Chau Frieden verhandeln kann. Aber er hat absolut kein Interesse daran. Okay. Dann würde ich sagen an der Stelle, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Mit einer neuen Folge Total War Freak Kingdoms. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Mit mir, der Einzige Waren Krabbe auf YouTube. Und euch, den Einzigen Waren kleinen Minischalentieren. Macht's gut. Tschüss.